Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video über die kosmische Schwingung des Jahres 2019. Was ich euch jetzt hier vortragen möchte, ist ein Auszug aus meinem großen Jahreshoroskop 2019, das es jetzt als Buch zu kaufen gibt. Was ihr gleich hört und seht, ist sozusagen das erste Kapitel mit dem Überblick über die bedeutendsten Konstellationen 2019. Dann gibt es natürlich noch zwölf Kapitel für jedes Sternzeichen 1 mit meinem super ausführlichen Ausblick für eure Beziehungen, eure Berufschancen und eure Vitalität im neuen Jahr. Und dazu habe ich auch noch ein Video für euch erstellt. Falls ihr gerne ein ganz persönliches Jahreshoroskop als Beratung hättet, könnt ihr mich dafür natürlich jederzeit gerne kontaktieren und wir vereinbaren einen Termin. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und beides verlinke ich auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung unten. Eins meiner Jahrbücher könnt ihr auch in der Verlosung gewinnen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar und teilt das Video auf euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich in meinen Videos für den Januar bekannt. Übrigens, diesen Text könnt ihr auch bei kosmogramm.de als Blog-Eintrag nachlesen. Folgt dazu einfach dem Link unten in der Videobeschreibung, der euch auch zu meinem schriftlichen Geburtshoroskop bei kosmogramm führt. Und dann habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk für euch. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Als ich mir Gedanken über die Konstellationen für 2019 gemacht habe, fiel mir das Bild einer Brücke ein. Denn 2019 ist ein Jahr des Übergangs, in dem mehrere große astrologische Zyklen zu Ende gehen bzw. neu beginnen. Über den Zyklus von Chiron, der seine 50-jährige Reise durch den Tierkreis in den Fischen beendet hat und nun im Widder einen neuen Zyklus beginnt, habe ich ja schon ausführlich in meinen Videospecials berichtet. Der 12-jährige Jupiter-Zyklus befindet sich 2019 auf seinem Höhepunkt, weil der Glücksplanet durch sein eigenes Zeichen wandert. Nämlich durch den Schützen. Und das ist eine verheißungsvolle und abenteuerliche Konstellation. Aber der wohl wichtigste und gesellschaftlich bedeutendste Zyklus ist der von Saturn und Pluto. Er begann im November 1982, als sich Saturn und Pluto im Zeichen Waage trafen und eine Konjunktion formten und er findet 2019 sein Ende. 2019 wird als Übergangsjahr möglicherweise von innerer und äußerer Unsicherheit begleitet, doch es markiert den Aufbruch in ein neues, aufregendes Jahrzehnt, welches Ähnlichkeiten mit den 1980er Jahren aufweist. Zumindest bei uns in Deutschland sind sich die meisten einig. Die 80er Jahre waren eines der kreativsten, genialsten Jahrzehnte aller Zeiten, selbst wenn sie zu Beginn noch von Krisen überschattet waren. Die Aussicht darauf, dass die 2020er Jahre ein ähnliches kosmisches Potenzial haben, empfinde ich als sehr aufregend. 2019 werden wir über die Brücke schreiten, die uns zum Beginn dieses neuen, mächtigen und verheißungsvollen Zyklus führt. Und die Konstellationen 2019 bieten uns den kosmischen Schlüssel dafür, diesen Weg mit spiritueller Einsicht und Vertrauen zu gehen. Und dafür gibt es zwei wichtige kosmische Signale. Jupiter im Schützen ist ein Wegweiser, der uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Und Neptun in den Fischen führt uns zu spiritueller Einsicht und lässt uns die Verbindung in allem, was ist, erkennen. Gemeinsam mit Chiron, der ab Februar durch den Widder läuft, dabei sozusagen die Fahne hochhält und sagt, hier geht's lang, zeigen diese kosmischen Kräfte, dass alle Evolutionsagenten unter uns stark gefordert sind, die neuen Entwicklungen zu begleiten und zu unterstützen. Je bewusster wir mit der kosmischen Weisheit umgehen, desto reicher und spirituell bedeutsamer werden wir dieses Jahr erleben. Die Verbindung von Jupiter und Neptun ist nichts weniger als das Potenzial zur Erleuchtung und auch das Potenzial, die große Liebe zu finden. Doch damit wir die Bodenhaftung nicht verlieren, müssen wir uns damit konfrontieren, dass diese wundersame Konstellation auch ihre Tücken hat. Denn Jupiter und Neptun formen zwischen Januar und September 2019 einen Spannungsaspekt, was auch die negativen beziehungsweise unwägbaren Seiten dieser Konstellation hervorbringen kann. Sie kann uns zum Beispiel dazu verführen, uns treiben zu lassen und darauf zu vertrauen, dass der Kosmos schon alles richten wird, ohne dass wir planvoll vorgehen und uns dafür anstrengen müssen. Es kann uns passieren, dass wir den falschen Leuten vertrauen oder unsere Zeit mit scheinbar vielversprechenden Projekten verschwenden, die sich nachher als Luftschlösser erweisen. Außerdem laufen wir Gefahr, über unsere Verhältnisse zu leben und mehr Geld für Vergnügen und schöne Dinge auszugeben, als wir besitzen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir bodenständig und geerdet bleiben. Glücklicherweise wird sich Saturn über weite Strecken, nämlich zwischen Januar und November positiv mit Neptun verbinden und uns dabei helfen, die Kräfte der Erleuchtung und Inspiration ins tägliche Leben zu integrieren. 2019 ist zum Beispiel das ideale Jahr, um mehr Yoga und Meditation in den Alltag zu integrieren. Heutzutage gibt es dafür Achtsamkeits-Apps und Meditations-Apps, die auch tatsächlich funktionieren. Das ist ein Beispiel für die Verbindung von Neptun und Saturn. Praktische, funktionelle Spiritualität im Alltag. Im Zusammenhang mit Saturn und Pluto im Steinburg wird noch etwas äußerst Wichtiges geschehen. Wir werden mit unserem Karma und unserer Vergangenheit konfrontiert und erhalten die Chance, aus Fehlern zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Das ist die Botschaft von Schicksalsanzeiger Mondknoten, der vom 6. November 2018 bis zum 5. Mai 2020 durch den Krebs wandert. Und der Mondknoten gehört immer zu einer Achse. Das heißt, der aufsteigende Mondknoten geht durch den Krebs, während gleichzeitig gegenüber der absteigende Mondknoten durch den Steinbock läuft und sich dabei eben mit Pluto und Saturn verbindet. Der aufsteigende Mondknoten sagt uns, wo die Reise hingehen soll. Der absteigende zeigt uns, mit welchen Angelegenheiten der Vergangenheit wir auf diesem Weg nochmal konfrontiert werden. Und weil Saturn und Pluto im Bereich der Vergangenheit wie zwei Wächter und Prüfer stehen, können wir uns davor nicht drücken. Sie werden uns mit unserem Karma konfrontieren und uns auffordern, von Altem loszulassen, um frei für neue, wichtige Verbindungen oder auch für die große Liebe in der Zukunft zu werden. Und die Zukunft mit dem Mondknoten im Krebs bedeutet, finde deine Heimat, die innerliche und seelische, wie auch die in der Familie, sei es die Herkunftsfamilie, die eigene oder die Wahlfamilie. Gesellschaftlich kann die Konstellation bedeuten, dass die Staatenlenker entweder durch Einsicht oder äußere Umstände aufgefordert werden, den Bedürfnissen ihrer Wähler und der Menschen, für die sie verantwortlich sind, mehr Beachtung zu schenken. Schaut euch doch dazu auch noch mein Special Finde deine Heimat über den Mondknoten im Krebs an. Im Zusammenhang mit dem Mondknoten sind auch die Finsternisse des Jahres zu beachten. Da sie jeweils in Verbindung zur Mondknotenachse stattfinden, bringen sie uns mit unserer gesellschaftlichen und persönlichen Karma in Verbindung, also sie rücken es ins Bewusstsein, verbunden mit der Aufforderung, aus alten Fehlern zu lernen und eine Zukunft zu gestalten, die unsere menschlichen Bedürfnisse und die Rechte von Mutter Erde besser beschützt und nährt. Die genauen Daten und mehr zur Deutung der Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse findet ihr dann im Jahrbuch. Uranus, der nach seinem letzten Rücklauf in den Widder im März 2019 endgültig bis 2025 durch den Stier läuft, wird dazu beitragen, dass neue Entwicklungen und Erfindungen ihre Verankerung in der materiellen Wert und ihren praktischen Wert finden. Das habe ich ausführlich in meinem Video über Uranus im Stier Wind des Wandels beschrieben. Im Zeichen Stier befindet er sich in Harmonie mit dem Mondknoten im Krebs sowie Saturn und Pluto im Steinbock, sodass er Entwicklungen anstoßen wird, die uns auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein helfen können. In diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich, dass Uranus bis Ende 2020 keine Konfliktaspekte zu den gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Planeten mehr bilden wird. Das dürfte uns auf unserem Weg in die Zukunft als Gesellschaft sehr zugutekommen. Eine unbequeme Stimme kommt von Lilith im rebellischen Wassermann. Sie zeigt an, dass uns das Ringen um die Gleichstellung von Frau und Mann bzw. Minderheiten, Ausgestoßenen und Unverstandenen weiterhin im Bewusstsein bleibt und für wichtige gesellschaftliche Impulse sorgt. Die wachsende Beliebtheit des Studiengangs Gender and Diversity spricht da wohl für sich. Ab dem 3. Mai und für den Rest des Jahres befindet sich die Lilith dann in den Fischen und bringt einen neuen Zündfunken in die Diskussion um religiöse und spirituelle Themen, besonders im Hinblick auf die Unterdrückung von religiösen Minderheiten oder gar den Missbrauch in der katholischen Kirche. In spiritueller Hinsicht gibt Lilith uns dann Impulse, die uns mit der naturverbundenen Venus-Virtualität der alten Göttin in Kontakt bringen können. Venus und Mars werden 2019 nicht rückläufig. Die Venus hat 2019 ein schnelles Tempo und durchläuft insgesamt 14 Zeichen. Dabei kommen Schütze und Steinbock zweimal in den Genuss eines Venus-Durchgangs. Auch der Mars bewegt sich schneller als der Durchschnitt und durchläuft in einem zügigen Tempo acht Zeichen von Winter bis Skorpion. Der Merkur wird 2019 dreimal rückläufig wie jedes Jahr und zwar in den Zeichen Fische, dann Löwe und Krebs und dann noch im Skorpion. Außerdem kommt ihm dieses Jahr eine besondere Rolle zu. Merkur ist der Jahresherrscher 2019. Das ist jedoch eine astrologische Tradition und hat nichts zu tun mit den tatsächlichen Planetenbewegungen am Himmel. Die Tradition der Jahresherrscher, die sich alle sieben Jahre wiederholen, ähnelt eher der Tradition der Wochentagsherrscher. Wusstet ihr, dass jeder Wochentag einem Planeten zugeordnet ist? Sonntag ist der Sonnentag, Montag der Montag, Dienstag der Marstag und so weiter. Ich würde daher Merkur als Jahresherrscher nicht mit der Deutung der wichtigen Konstellationen des Jahres vermischen. Wir können uns aber von ihm inspirieren lassen. Merkur regiert ja unsere Kommunikation, unseren Austausch. Und in der Tat ist eine besonders klare und achtsame Kommunikation 2019 besonders wichtig, weil uns der Aspekt zwischen Jupiter und Neptun zu Übertreibungen und Träumereien verführen kann, so dass wir das Offensichtliche nicht sehen wollen oder Informationen vergessen. Da kann ein Austausch mit Menschen, die einen nüchternen Blick auf die Angelegenheit haben, sehr hilfreich sein. Auch die Berücksichtigung wichtiger Informationen sowie die kritische Betrachtung verschiedener Argumente ist 2019 besonders wichtig. Und natürlich auch, dass wir Merkurs Rückläufigkeitsphasen genauestens beachten. Und wann das genau ist und alle anderen wichtigen Details und Planetenbewegungen, auch das steht in meinem Jahrbuch. Das waren meine Gedanken zu euren Tendenzen für 2019. Wenn ihr euch eine ganz persönliche Jahresvorschau wünscht, bin ich gerne für euch da. Ihr könnt die Beratung direkt auf meiner Homepage buchen oder für eine Terminvereinbarung auf meinem Kundentelefon anrufen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 7. Dezember um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel, in welchem Lebensbereich euch Jupiter 2019 Glück bringt. Und der darauffolgende Termin ist am Freitag, den 4. Januar. Den könnt ihr euch schon mal vormerken. Und dann habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ich konnte mit meinem Vertriebspartner von akasha.de verhandeln, dass ihr als meine treuen YouTube-Zuschauer und Fans von jetzt an dauerhaft 30 Prozent Rabatt auf meine Sternzeichen-Kolliers bekommt. Den Link und den Gutscheincode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die ausführlichen Tendenzen für 2019 für alle Sternzeichen mit den Aspekten und Geburtstagskindern findet ihr in meinem Buch, das große Jahreshoroskop 2019. Es ist euer Begleiter für das neue Jahr mit dem Ausblick für die Liebe, für eure beruflichen Chancen und die Gesundheit. Darin könnt ihr auch jederzeit eure Highlights und kritischen Phasen des Jahres nachschlagen. Nicht nur für euch, sondern auch für die Menschen, die ihr liebt und die euch interessieren. Ich schreibe euch den Bestelllink unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Und ich verlose auch noch mal ein Jahrbuch und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr mein Video mit euren Freunden auf Facebook oder auf euren anderen Social Media teilt. Auf Facebook kann ich das dann mitverfolgen. Ansonsten schreibt mir gerne, was ihr euch habt einfallen lassen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dazu müsst ihr einfach nur hier klicken, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und in den folgenden Videospecials erfahrt ihr mehr über die wichtigsten Konstellationen 2019, über Jupiter im Schützen, Mondknoten im Krebs und Chiron im Witter. Ich wünsche euch wunderbare Sterne im neuen Jahr.